Hallo, mein Name ist Philipp Mauritz. Ich bin Schauspieler. Hier befinden wir uns am Tiefen See in Potsdam. Das ist meine Hauptwirkungsstelle. Vor zehn Jahren wurde das hier aufgebaut. Das habe ich noch alles mitbekommen. War eine einzige Brache, eine alte Fabrik und nun steht das Schöner als Autotheater mit den roten Segeln. Meine Damen und Herren, Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, guten Abend. Bonsoir. Guten Abend. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Ich bin euer Konfroncier für Swee-Water-Compare. I am your host und sage Willkommen, Bienvenue, Waka im Cabaret, au Cabaret, du Cabaret. Natürlich habe ich Hobbys. Ich mache Inline-Skater. Ja, schon als Kind war ich leidenschaftlicher Inline-Skater und das ist meine Halle in Berlin, wo ich viermal die Woche trainiere. Und außerdem budere ich wahnsinnig gerne. Ich bin auch ein ausgezeichneter Tänzer. Ja, und ich lebe hier in Berlin mit meiner kleinen harmonischen Familie. Und ich freue mich, nach meiner großen Kunst nach Hause zu kommen in dieses Heim. Und ich denke immer nur, my home is my castle. Ungewöhnliche Situationen verlangen auch ungewöhnliche Maßnahmen. Ja, und da dieses Land gerade komplett still steht, nirgends wo mehr gedreht werden kann, habe ich mich entschlossen, kurzfristig umzusatteln. Ja, ich denke immer mir, das bin dormiert. Vielen Dank.